Hans Holbein hat in Augsburg, Deutschland in 1597 geburt. Sein Vater, auch Hans Holbein, war ein Mähler, der in ein Gotikstil gemalt hat. Hans hat einen alten Bruder, der Amriosis heißt. In 1515 Hans war nach Weisel gegangen. Er hat Hans angefangen, Portrait zu mehlen. Um 1519 herritete Hans Elspeth Schmid und hatte einen Sohn, heißt Philipp. In Beisel Hans malte viele Wahnmalerinnen in der Stadt und machte seine Arbeit bekannt. In 1523 malte er sein erstes Portrait des Renaissance-Gelehrten Erasmus. Erasmus schickte, dass Hans' Portrait zu wehren in ganz Europa und machte seine Arbeit in ganz Europa bekannt. Holbein wurde ein internationaler Künstler. Holbein reiste nach Frankreich um Arbeit zu suchen. Holbein suchte dann die Arbeit in England. Als Holbein nach England gegangen, empfahl Erasmus Hans seinem Freund Thomas Mohr, der ein Staatsmahner für England war. Mohr gab Holbein eine Reihe von Provisionen, darunter ein Portrait von sich und seiner Familie. Mohr erzählte Erasmus in einem Brief, dass Holbeins Portrait wunderbar waren. In England malt Holbein Portrait für viele Menschen, darunter auch der bayernische Astraum Nikolaus Kratzer. Holbein malte auch ein Portrait des Erdbischofs von Canterbury, William Warham. In 1528 kaufte Holbein ein Haus in Beisel. Wenn in Beisel holte Holbein das Stück, das als die Familie des Kunstlehrers bekannt ist. Waren dieser Zeitwürde in Beisel, wiel von Holbeins religiöse Arbeit sehr stört. Holbein war 1532 nach England zurückgegangen, genau wie König Heinrich von England. Der Akte war bereit, dem Papst zu trotzen und anbeulen zu erraten. Die Politik in England andere sich und Holbein musste seinen Freund Thomas Mohr aufgeben und mit dem Hof des Königs Gunst zu erlangen. König Henry befall die Hinrichtung von Thomas Mohr und John Fischer, denn Holbein Portrait gemalt hatte. Holbein malte viele weitere Portraits, all er als Kunstlehr für den König Dinte. Darunter Portraits von George Gesi, Jean der Dinteville und Francis I. von Frankreich. Jane Small, König Heinrich VIII., Edward IV., Ann von Clives und Henry und Charles Branden. Hans Holbein starb 1543 in London. Manche Sagen aus der Pest waren andere Sagen, dass er an einer Infektion gestorben ist. Hans Holbein gilt nach wie vor als der beste Portraits-Künstler des 16. Jahrhunderts. Seine Werken haben des den Historikern genau Darstellung von Menschen aus seiner Seite gegeben und werden es nach wie für einige Seite vorsetzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017